Der Bollwerk hat dieses Spiel gewonnen. Für den Gegner gab es einfach kein Durchkommen. Sie haben das entscheidende Tor gemacht, aber ich glaube, diese Partie wird nicht eingehen in die Annalen als eines der besten Fußballspiele aller Zeiten. Das war unsere Übertragung heute Abend. Mein Dank geht an Hansi Küffer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020